Henrik Ambruder, Weltkolumnist hier bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind. Willkommen. Guten Tag, Frau Mosel. Herr Bruder, unsere Gesellschaft tariert so ein bisschen aus. Wo sollten wir sensibler sein? Wo sind wir vielleicht zu sensibel? In diesem Fall jetzt einzelne Kostüme, die für Menschen als diskriminierend erachtet werden könnten, zu verbieten. Sensibel oder zu sensibel? Erst mal die Frage, hat sich schon jemand beleidigt gefühlt? Ist irgendjemand aus der Gruppe der potenziell Beleidigten nach Mannheim gereist und hat gesagt, mit mir macht er das nicht. Ich habe davon nichts gehört. Haben die das denn schon mitbekommen, ist die Frage. Ja, genau. Deswegen müssen wir vielleicht länger darüber reden. Dann kriegen Sie es alle mit. Nein, wissen Sie, ich glaube, ich habe erst mal geglaubt, dass es ein später April-Scherz ist. Aber dann war es doch nicht. Und ich denke, Deutschland ist ein richtig glückliches Land, weil hier herrscht vor allem ein Mangel an richtigen Problemen. Deswegen müssen andere erfunden werden. Und das ist so was. Das ist vollkommen absurd. Ich meine, wir leben doch in Multikulti-Zeiten. Und überlegen Sie mal, ich habe mir das alles aufgeschrieben, ganz kurz, was man alles nicht mehr macht. Wenn man das hier, was in Mannheim passiert, ernst nehmen würde. Also so ein wunderbares Lied wie Fiesta Mexikaner dürfte nicht mehr gesungen werden. Auch die Capri-Fischer dürfen nicht mehr im Sonnenschein rausfahren. Wir würden im Bereich der seriösen Kultur auf vieles verzichten müssen. Zum Beispiel auf Carmen, auf den Zigeunerbaron. Den sowieso. Das geht ja lange nicht mehr. Willstes Wort. Ja. Aber zum Beispiel auch diese wunderbare Operette, die Blume von Hawaii. Oder meine Lieblingsoperette Orphos in der Welt, von Jacques, in der Unterwelt, nicht in der Welt. Aber, Herr Bruder, das sind ja jetzt Beispiele, die Sie bringen, die kommen aus einer bestimmten Zeit. Und die sind Zeugnisse einer bestimmten Zeit. Deswegen muss man die ja ein Stück weit auch anders diskutieren, als hier jetzt im Heute eine Tanzgruppe, die tanzen möchte und sich dafür Kostüme auswählt, die sehr plakativ sind und die ein Aussehen darstellen, für das manche Menschen eben diskriminiert werden. Das ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt von Carmen reden oder jetzt von Seniorinnen in übertriebenen Kostümen. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum Seniorinnen, also Damen in meinem Alter, sich nicht als Mexikanerinnen verkleiden dürfen, worin alle gesellschaftliche Schaden und die psychische Beleidigung liegen würde. Ich sehe da keine. Wissen Sie, es beruht ganz viel in unserem Leben auf kulturelle Aneignung. Und wenn Sie das jetzt ernst nehmen, dann müssen Sie auf ganz vieles verzichten. Ich weiß nicht, ob Sie gerne tanzen. Gehen Sie tanzen? Tango? Tango ist out. Sie dürfen nicht mehr Tango tanzen. Ja, Tango gar nicht, nicht tanzen. Kulturelle Aneignung. Aber was mich zu allem betreffen würde, wissen Sie, Sushi, Hummus, Falafel und Pizza und Döner. Alles verboten, kulturelle Aneignung. Egal, aus welcher Zeit diese Speisen stammen. Und es ist ja vieles möglich. Es gibt ein Leben ohne Döner, aber es ist nicht wirklich lebenswert. Und das alles ist Mumpitz. Da bin ich total bei Ihnen, Entschuldigung. Aber nochmal, es ist ja schon ein Unterschied, ob wir von äußerlichen Merkmalen, die teilweise dazu führen, dass Menschen diskriminiert werden, sprechen, wenn ich mir die zu eigen mache oder ob ich gerne einen Döner esse. Das sind ja andere Themen. Nein. Wer hat wen jemals diskriminiert, weil er ein Poncho und ein Strohhut getragen hat? Gab es irgendwelche Maßnahmen, das Auftreten von Poncho-Trägern und Strohhut-Trägern zu verbieten? Sind Leute wegen Poncho-Tragen und Strohhut-Tragen schon mal ins Gefängnis gekommen, deportiert worden, des Landes bewiesen worden? Nein. Wir reden hier über eine Schimäre, über etwas, das es nicht gibt. In einer Gesellschaft, die 90% Energien da reinsteckt, unterdrückte, diskriminierte und benachteiligte zu finden. Und zwar meistens dort, wo es sie nicht gibt. Jetzt muss man, ich würde gehen, es gibt in dem Zusammenhang ein Zitat, das glaube ich ganz gut passt, das ist der Titel eines Buchs, herausgegeben von Greg Tate, Everything but the Burden. Das heißt, es wird alles Mögliche übernommen, es werden äußerliche Merkmale, einzelne Aspekte, niemals aber die Bürde. Das bedeutet doch, und das geht ja an auf das, was Sie gerade gesagt haben, den Teil der Diskriminierung, der wird ja nicht mit übernommen. Das heißt, die Menschen, die das tun, wir, jetzt würden wir das tun, wir könnten ja nicht nachempfinden, wie das ist für Menschen, die troffen sind. Nein, also ich kann es ähnlich nachempfinden, weil ich trete nur als alter weißer Mann verkleidet auf. Ein Leiterskostüm habe ich nicht zur Verfügung. Aber ich weiß nicht, wo die Bürde dahin liegt. Wissen Sie, es ist ja so, selbst wenn Sie sich als Indianer oder als Schwarzer oder als Jude verkleiden, also die klassischen diskriminierten Minderheiten, das ist Teil unserer Geschichte, das ist Teil unserer Kultur. Und das mag albern sein, welche erwachsene Menschen verkleiden, in dem Fall ist es nicht. Aber es ist kein Raub an Kultur. Genau genommen müssten Sie dann zum Beispiel Japanern nicht erlauben, sagen wir gleich verbieten, Mozart zu spielen. Es ist nicht gerade Teil des japanischen Erbes. Und dieses wunderbare arabische Brettspiel, Sheshpa-Scheißes oder Backgammon, das müsste als nächstes verboten werden. Und als nächstes sitzen dann alle zu Hause, politisch vollkommen korrekt, haben niemand beleidigt und spielen nur noch Mensch, ärgere dich. Ich glaube, wir könnten ganz lange noch sprechen über die Unterschiede von kultureller Aneignung und kultureller Anerkennung. Aber die Zeit ist vorbei, Herr Bruder. Das war auch ein Kulturproblem, nicht wahr? Ich glaube, wir können ganz lange noch sprechen. Vielen Dank.